Simeon. Simeon ist ein Vorname, der auch im Deutschen gebraucht wird. Simeon ist auch abgewandelt als Simon bezeichnet. Simeon war einer der zwölf Söhne des Patriarchen Jakob, einer der Stammväter des Volkes Israel. Simeon war der zweite Sohn von Jakob. Die zwölf Söhne sind Ruben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naftali, Gad, Asher, Sebulon, Josef und Benjamin. Simeon war dann auch ein Stammvater für eines der Stämme Israels. Simeon war insbesondere der Stammvater eines Stammes, der im Südwesten von Judah gelebt hat.